Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme bei euren GIFGAMES. Wir sind im wunderschönen Spiel... Scheiße! Ich glaube, da sind wir im falschen Spiel reingeraten, glaube ich. Na gut, ins Riss hierher, das Spiel kommt jetzt gleich. So Leute, nun sind wir eigentlich im richtigen Spiel. Das ist eine Komikspieler Minecraft. Ja. So, nehmen wir jetzt mal... Das hier. Oh ja. Scheiße. Das war jetzt... ...schlecht getan. Nehmen wir mal noch einen Blaster. Habe ich das echt was innen sicher, ey? Dieser Blaster. Scheiße. Ich würde dann jetzt noch irgendwann die Tage mal nachschnaufe ich noch hier... ...das 2000... Na? Wie heißt denn das 2017? 2018? Äh... Ihr wisst, welches April von Staubbrüttel noch zwei rausbringen, genau. Ich hatte jetzt auch viel zu tun gehabt mit zu arbeiten und so weiter, deshalb konnte ich nicht mehr so richtig... ...äh... Video schneiden. Nur ging ein wenig die Sachen mit Artikel 13 und so weiter durch den Kopf. Deshalb sind so ein paar Videos nicht gekommen, die eigentlich kommen sollten. Ups, wo gehe ich denn ein? Ups, wo gehe ich denn ein? Was ist genau geplant? Ey, nie. Also... Danke, Herr Team... ...Kollege, wenn ich jetzt mal wüsste wo wir jetzt sind. Bomber gestartet und auf Angriffskurs. Als ob das jetzt hier noch auf der Lande blöpfen würde... Wir haben eine Ablinkstation. Für gegen Angriff machen. Ha! Also... Das war gar großartig. Ablink ist offline. Unsere Bomber brauchen wir in der Lage. Ich habe ihn nicht. Wie ist es jetzt denn da oben gekommen? Ne. Also, wir wollen hier mal verraschen... Pass auf, Großer! Pass doch mal auf, ihr Vollidioten! Wäre es schon zu wissen, wo der nächste Gegner wäre? Welchen Hundenauftrag habe ich jetzt überhaupt erledigt? Ich suche einfach mal noch die Frage. Ah, jetzt sind wir hier oben, die Freifeld. Oh, was machen wir jetzt hier oben die Freifeld? Ich habe mal daran gedacht. Soll ich die Freifeld verarschen, ey? Alter, wir fischen! Da bin ich so gestorben, ey! Nee! Das ist der Niveau, das ist der Niveau, die ich noch nicht mehr für heute. Bis zum nächsten Mal. Oder? Dann geht's noch mal, ihr habt jetzt hier oben. Das ist ein bisschen zu viel. Dich nicht zu viel. Nein, ich bin mir nicht zu viel. Ich bin mir nicht zu viel. Ich bin mir nicht zu viel. Aber ich bin mir nicht zu viel. Es ist das Lauf, ich bin mir zu viel. fängt dann von hier aus leicht rum wir haben die abdeckstation aktiviert gute arbeit so schauen wir auf jetzt mal nach schauen wir doch mal nach ein 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 Oh, 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 oh. Der hat mich jetzt versuchelt, ne. Das ist doch da irgendwo. Alter, nie. Machen die so einen drauf ein. Die Uplinkstation wurde aktiviert. Lord Raider ist auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Möge die Macht mit uns sein. Und ich bin dran. Ich bin dran. Wir haben eine Abflinzstation aktiviert. Macht euch bereit für den Weg. Wurde nicht mehr. Wir haben eine Abflinzstation aktiviert. ich finde auch so dass sie auf die pläne nicht so schwierig ist denn man kann es erschaffen aber ja gut Wir sind nur noch hier auf dem Planeten, den zu versieden, oder zu versieden, zu versieden. Ja. Na gut. Willkommen in der nächsten Runde, Leute. Kampfläuferangriff. Vielleicht nenne ich auch dieses Südi auch einfach hier Kampfläuferangriff auf Endor. Oh, schön zu wissen, der Posti ein bisschen unterstützt. Woher wird das bitte denn da hin? Da liegt glaube ich um Freubleich zu sein. Wofür wird das bitte da hin? Ich schicke mich. Ich verliere die Kärchen, oder? Ich verliere die Kärchen, oder? Ja, schön zu wissen, dass ich mich erwarte. Ja, schön zu wissen, dass die Lunge halt mich erwarte. Ich möchte den Kärchen, oder? Ich habe eigentlich nicht das Dunkle, das mich erwartet. Na gut, dass du hier hinten zu stellen. Du schaffst mir. Oh mein Gott, wie langweilig. Über uns? Doch besser. Diese Prinzessin hat uns eine Menge Schwierigkeiten gemacht. Was soll ich gerade sagen? Die Bälle hinten nie. Ja, schieß noch einmal auf, dann bringe ich dich. Das habe ich schon nicht dabei. Ich blitzte es überhaupt nicht mehr. Ich blitzte es überhaupt nicht mehr. Arschloch. Ich bleibe es mal dazu nur. Und der ist wohl ein wenig gepackt. Das ist Arschloch. Bloß ist das die... Hinter ihm nicht hinterher. Wir haben Skyhocker, unweit von eurer Fu... Alles klar, ne? heute kommt man ja gar nicht also Okay. 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 Oh, Alter. Spinnt der total lege. Dabei muss man sich auch noch denken, wir sind tatsächlich voll Idioten, ey. Oh, moin. Okay. Wir haben noch ein Bild. 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 Ich denke, I have none. Ich finde, hier haben meine Teams-Urge-Kollegen einfach nicht interessant. Ich denke, ich habe meine Teams-Urge-Kollegen. Ich habe meine Teams-Urge-Kollegen. Ich habe meine Teams-Urge. Ich habe meine Teams-Urge-Kollegen. Ach, der Wookie ist auch da. Okay. Da ist ja mal der Wookie auch mal da. Ich habe meine Teams-Urge. Die Bagda-Bombe, okay. Die Bagda-Bombe muss ich aber auch durch Dings bekommen, oder? Ja. Schade, ich bin dann von beiden... Schade, wenn er nur maximal zwei Hände haben kann. Also zwei Handhaben, oder? In der Region jetzt ist Rebellen. Und dann tut's auch so weit. Okay. Okay. Wie lange wird das Rebellen? Nein, 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 nein. Ich nehme alles, was Sie haben. Ich nehme alles, was Sie haben! Ich nehme alles, was Sie haben! Ich nehme alles, was Sie haben! mir so kippen nicht gefühlt wurde ich habe die rausgeworfen oder nicht oder war auch schon ein paar leute mit dem tod gerissen mich selbst auch was denn Da drüben gibt es nichts zu sehen, Soldaten. Ja, da drüben gibt es nichts zu sehen, die Rebellen. Ja, da drüben gibt es nichts zu sehen, die Rebellen gibt es nicht zu sehen, die Rebellen gibt es nicht zu sehen. Achtung! Feindlicher Luftangriff! Spielt der? Er ist sich gleich mit in den Tode noch. Das ist doch eine gute Gelegenheit für uns alle hier. Irgendwie können wir uns mal zusammentreffen, die Rebellen. Hey, weißt du was? Das war auch mal Rebell. Ja, da drüben sind. Die Rebellen gibt es nicht zu sehen. Neh, das ist ja nur noch. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 oh ja das ist gut wunderschön 6 in kilz so viel hatte ich noch nie so leute das war's mit dem video bei einer runde stop battlefront wo es nur ein uhr das spiel war bis zum nächsten video leute bis bald tschüss